Es nützt wirklich nichts, also ich denke, es ist eher blöd, dass wir auch auf die Tabelle schauen. Es nützt nicht, uns vor allem nicht, weil wir, wir haben eine Aufgabe, Spieler haben eine Aufgabe für sich und für die Mannschaft. Ich habe Aufgabe, zusammen mit Wolfgang alles anzuschauen und dort, wo es notwendig ist, zu helfen. Während der Woche ist es einfach das Spielplan immer weiter, wie es ist, zu entwickeln.